Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht der Alex Amsterdam aus Düsseldorf und ich wollte euch einladen zu einem Konzern in Herne bei euch im Kultkessel am 17. Oktober. Da trete ich auf, zusammen mit dem wunderbaren Kollegen Sebel aus Recklinghausen und noch einem Special Guest, der extra aus den USA anreist. Ich komme auch extra aus Düsseldorf zu euch nach Herne und ich freue mich sehr. Also ich hoffe, ihr seid dabei am 17. Oktober im Kultkessel in Herne und ich freue mich auf euch. Macht's gut, bis dann. Tschüss.